Ha, ihr dachtet, unsere Nasen wären der absolute Hammer? Unsere Ohren sind mindestens genauso cool. Wir hören Frequenzen bis 50.000 Hertz. Das ist im Vergleich zu euch Menschen mehr als doppelt so hoch. Außerdem können wir selektiv hören und deshalb auch bei lauter Musik schlafen oder das Öffnen des Kühlschranks drei Zimmer weiter hören. Wir blenden Hintergrundgeräusche einfach aus. Hunde können ihre Ohrmuscheln unabhängig voneinander bewegen und so Geräuschquellen besser orten. Am Ende des Schlussakkords eines Beatles-Songs A Day in the Life folgt ein hochfrequenter Schlusston, den tatsächlich nur Hunde hören können. Ihr könnt es ja heute am 15. Dezember mal ausprobieren, ob euer Hund tatsächlich darauf reagiert. Und wir kommen natürlich wieder zu unserem Adventskalender und schauen mal drin, was sich hinter Türchen 15 versteckt. Das müssten die Snackwürfel-Huhn mit Obst sein. Also heute kein Knuspergarten-Kräuter-irgendwas. Und wir kommen natürlich zu unserem Merci-Kalender und schauen auch mal dort, was sich hinter Türchen 15 versteckt. Wir haben einen Stick Almond Honey Crunch. Die Sticks sind ja doch irgendwo ein bisschen meine Favoriten. Und der Spruch heute, du bist mein Schmetterling, der auch im Winter fliegt. Ja, wieder ein sehr schöner Spruch für den 15. Dezember. Das war es heute. Lasst uns gerne Abo, Like, Kommentar da alles, um ein wenig den YouTube-Algorithmus zu triggern, um uns zu unterstützen, wenn ihr unsere Videos natürlich mögt. Darüber freuen wir uns sehr. Und sonst sehen wir uns morgen. Ob euer Hund tatsächlich... Heu... Ich keine Ahnung. Auch das. Oder... Ich keine Ahnung. Ich keine Ahnung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017